Und damit herzlich willkommen zur zweiten von drei Mario Mods. Heute möchte ich euch die Wall Jump Mod zeigen. Eine Mod, die den berühmten Mario Sprung in eure Minecraft Welt bringt und diesen möglich macht. Ich habe hier schon einen kleinen Parcours dafür ausprobiert. Es ist wie gesagt eine etwas kürzere Mod Vorstellung, aber dafür umso genialer. Hier oben ist eine kleine Kiste. Wenn wir den Parcours mit Hilfe des Wall Jumpes durchgeführt haben und am Ziel sind, dann haben wir hier eine kleine Kiste, wo vielleicht was drin sein könnte. Ja, doch bevor wir hier munter hin und her springen, möchte ich euch erstmal zeigen, wie überhaupt diese Mod funktioniert. Und das geht am einfachsten nicht hier im Parcours, sondern hier zum Beispiel an dieser noch unschuldigen Wand. Ja, da werden wir jetzt mal gegen springen und zwar muss man eigentlich nur ein bisschen Anlauf nehmen, gegen springen, F drücken und schon dreht sich die Minecraft Puppe um 180 Grad und man führt diesen bekannten Wall Jump aus. Eine echt geniale Sache und vielleicht haben es schon einige gesehen. Unten rechts haben wir kleine Schuhchen oder ja, kleine Schuhchen und diese verschwinden nach einem Wall Jump. Da hat man es gerade gesehen und sobald man gelandet ist oder wieder Boden unter den Beinen hat, unter den Beinen, unter den Füßen hat, dann lädt sich das wieder langsam auf. Ja, den Key zum Springen kann man selbstverständlich, um diesen Wall Jump auszuführen, kann man unter den Controls ganz einfach ändern. Da muss man einfach hier runter scrollen, da kann man hier diesen Wall Jump Button praktisch nochmal umändern. Ja, ihr seht ja auch schon, hier steht auch J, kann man drücken, um noch ein paar Settings aufzurufen. Ich drücke jetzt mal einfach J und schon haben wir hier eine Art Pop-Up, wo wir noch einige Sachen einstellen können. Unter anderem können wir den hier generell erstmal aktivieren oder deaktivieren, diese Mod oder diesen Jump. Des Weiteren können wir hier unten, wo noch Nun drin steht, praktisch einige Blöcke hinzufügen, wo man praktisch nicht den Wall Jump einsetzen soll. Eine echt geniale Sache, schön, dass die Entwickler daran gedacht haben. Dann haben wir hier, am besten gehe ich jetzt hier durch, diese Flying Wall Jump. Ich weiß nicht, was die das macht, ich habe überall nachgeguckt, ich konnte es leider nicht finden, das tut mir leid. Ich weiß nicht, vielleicht weniger Schaden oder ich glaube, da kann man noch einfacher von Wand zu Wand springen. Aber den Rest, der ist eigentlich relativ selbsterklärend. Jumping Type Fix, das heißt, wir haben ja diese Energiezeige in Form von Schuhen. Können wir entweder nochmal verringern auf 3 oder Unlimited, da haben wir halt unendlich von diesen Sprungkräften, sage ich jetzt mal, oder Sprungenergie. Der Display, den können wir ebenfalls ändern, ist standardgemäß bei Bar Above Food, das sieht man hier ja auch, ist über dem Essen. Ich hoffe, man erkennt es, es ist ein bisschen dunkel hier. Wir können das aber auch über die Herzen setzen oder links oben am Bildschirm, rechts oben und, und, und. Wir können aber das auch im Textform, hier oben links sieht man es, einstellen, dass es als Text dasteht. Das ist auch eine tolle Sache. Wir lassen es aber auf dem Standard. Wir platzieren das über dem Essen. Und, ähm, ja, man kann auch die Icons ändern. Wer jetzt nicht diese Schuhe mag, der kann aber auch, ähm, auf Federn umsteigen oder auf den Player oder auf Smoke. Aber wir bleiben bei den Schuhen. Ja, Auto-Turn, ihr habt schon gesehen, unsere Minecraft-Puppe dreht sich um 180 Grad. Ich werde gleich, ähm, nochmal die andere Sicht natürlich auch nochmal ändern, also daneben. Ähm, ich glaube, das machen wir jetzt, bevor ich diesen Auto-Turn ausstelle. Dazu drücke ich jetzt mal F5 und, ähm, ich renne jetzt nochmal gegen die Wand, dann sieht man das nochmal. Es ist ja schön, yeah, ganze Mario-Stile werden wir uns hier, springen wir hier gegen die Wand und können uns ganz einfach abprallen. Eine tolle Sache, muss ich ehrlich sagen. Ich drücke nochmal J und, ähm, mach mal den Auto-Turn auf, dann seht ihr auch schon, was passiert. Wir machen praktisch, ja, wir drehen uns praktisch nicht automatisch. Können dadurch eventuell noch mehr, äh, oder, ja, können noch ein paar Wall-Jumps an einer Wand aus, ausführen. Ja, gut. Also mir gefällt dieser Auto-Turn wesentlich besser, deswegen lasse ich den an. Use Jump Key, eine echt geniale Sache. Ich glaube, ja, ich habe mich jetzt schon so an dieses F gewöhnt, aber für Neueinsteiger, die noch Schwierigkeiten mit dieser Mod haben, ähm, denen empfiehlt es sich auf jeden Fall, das hier auf anzustellen, denn wenn wir jetzt gegen die Wand rennen, können wir ebenfalls mit Leertaste, von, also den, den, den Wall-Jump ausführen. Das sieht dann so aus. Ja, gut, sieht eigentlich gleich aus, nur, dass man jetzt auch die Leertaste verwenden kann. Man kann natürlich auch die Leertaste gedrückt lassen, und, ähm, dann muss man nicht praktisch immer die, ja, muss man nicht immer den Wall-Jump, ähm, ja, nochmal extra drücken, sondern dann wird er praktisch immer automatisch, soweit er gegen eine Wand springt, betätigt. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir werden jetzt erstmal hier den wieder auf Ausstellen, und, ähm, ich würde sagen, wir sind bereit für diesen monster-schweren Parcours, oder? Ja, ich denke schon. Ja, und da merkt ihr auch schon, meine Audiospur ist, ähm, leider ab diesem Punkt hier, äh, leider zerschossen, ähm, deswegen kommentiere ich das nur nochmal ganz kurz nach. Ähm, ja, also es ist eigentlich relativ einfach, wir müssen jetzt einfach nur gegen die Wand springen, und, ähm, immer die Wall-Jump-Taste betätigen, das sieht man hier in diesem, in diesem Abschnitt hier, das ist eigentlich relativ einfach, ähm, und dann kommen wir auch direkt zum nächsten, ähm, zur nächsten Hürde, die sich ein bisschen anders darstellt, die ist noch einfacher, da müssen wir einfach nur einen kleinen Wall-Jump ausführen, um auf die obere Plattform, ähm, zu gelangen. Jetzt gehen wir diese Treppen da hoch, und da sind wir auch schon fast bei der, bei der Truhe angekommen, doch jetzt kommt erstmal der schwerste Sprung, und zwar, ähm, da die Kiste ja da unten ist, ganz genau da unten, ähm, auf der kleinen Plattform, müssen wir theoretisch gegen diese Wand springen, diese, diese schwebende Wand, und dort den Wall-Jump ausführen, um dann zur Kiste, ähm, gelangen, um dorthin zu gelangen, und, ähm, ja, da ist halt jetzt einfach nur ein bisschen Anschwung nehmen, mehrmals hin- und herhüpfen, und, oh, das war, das war schon knapp, da sind wir ganz oft sogar gegen die Kante gesprungen, das war ja nicht so schön, ähm, aber wir haben es trotzdem geschafft, wir haben diese Truhe bekommen, ähm, ja, was ist denn wohl drin? Ein bisschen Erde, das war natürlich klar, äh, ja, ansonsten, das war auf jeden Fall, ähm, diese Mod, ähm, Wall-Jump-Mod ist, wie gesagt, eine etwas kürzere Mod-Vorstellung gewesen, aber umso lustiger, oder umso, ja, ich, ich find's ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, eigentlich ist es nochmal eine schöne Möglichkeit, um neue Adventure-Maps irgendwie zu basteln, ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Episode wieder, da ist dann wieder eine Mario-Mod dran, das ist dann die Super Mario Galaxy-Mod, die ich jetzt auch nochmal am Ende verlinke, vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann, tschüss!